einen wunderschönen guten tag herzlich willkommen und wir gehen heute direkt hinein erzengel michael erzengel michael schenkt ihr mut stärke und schutz bitte darum das darum bitten fällt vielen sehr schwer aber die anbindung zu den engeln muss her und wenn wir erzengel michael schon da haben dann möchte ich noch ganz kurz auf den nur heute zählenden rabatt auf www.spiritual-shop.de in weißen 15 prozent mit dem gutschein facebook und schaut mal daher diesen wundervollen engelkalender mit channelings und selbst gemalten engeln vom engelmedium 2000 engelmedium venus bekommt ihr dort auch sowie meine wundervollen lennon karten oder auch die du bist die welt orake karten von mir wie auch mein buch und vieles vieles mehr schaut auf jeden fall vorbei ja er bietet ihr schutz der impuls der engel ist auf jeden fall auch da heute und du wirst hier sogar auf eine spirituelle reise eingeladen und diese spirituelle reise ist etwas was du dir wirklich schon lange lange wünscht und warum wünschst du dir das denn schon lang weil du hier in dir schon die ganze zeit das gespür hast da ist einfach mehr und du kannst auch mehr und dass hier die stärken deine gaben ja sich sehr sehr zurückgezogen haben weil das eben noch nicht so ganz in der akzeptanz und in deinem resonanzfeld lag aber du hast es immer gespürt und heute indem du um hilfe bettest bittest und um schutz bittest vielleicht auch mut und elan für die bevorstehenden wochen monate tage da wirst du auf jeden fall hier die einladung bekommen deine spiritualität kennenzulernen und somit den schutz und impuls der engel auch wahrzunehmen wunderschön ja die geduld gehört auch mit dazu meine geduld öffnet für alle einen raum von heilsamer entschleunigung und diese heilsame entschleunigung ja die hat einen ganz ganz triftig und wichtigen grund nämlich dass du persönlich wirklich in deine in deinen seelenheil kommst wir sehen hier die arbeit in deiner emotionswelt also die fabrik liegt in den emotionen da ist gerade sehr viel zu verarbeiten und man merkt auch dass du viel mehr klarheit bekommst das bedeutet selbstreflexion aber auch schuldzuweisungen die man dir unnütz gemacht hat oder ja nicht unnütz sondern zu ja ungerechtigkeit getan hat wirst du jetzt erkennen und wirst diese last nicht mehr auf dir lassen sondern diese last wo du sehr lange mit dir mitgetragen hast wirst du jetzt auflösen und auch durch den schutz der engel nicht mehr annehmen also es wird kein wiederholungsmuster hier mehr eintreten beziehungen haben wir auch noch deine beziehungen zu anderen spiegeln deine beziehung zu dir selbst und wer sich selbst auf gibt zum beispiel und das war bei dir in den letzten monaten nehmen so der weiß auch dass er sich selbst nichts wert ist im endeffekt aber dadurch dass heute diese verarbeitung kommt diese spirituelle wachstum diese diese wundervolle liebe zu dir selbst beginnst du auch beziehungen im außen viel schöner zu gestalten du beginnst gefühle zuzulassen du beginnst klare worte zu sprechen und du beginnst natürlich auch entscheidungen mal klar zu führen du bist jetzt nicht nur die ganze zeit da dass du ja dein ego vertrittst oder sowas sondern wenn du der meinung bist es ist dein weg der einzig richtige dann darfst du dass du auch vertreten aber du tust es nicht in der überemotion sondern in der schönen harmonie und gelassenheit und das bringt festigung und vertrauen in deinen bisherigen alltag dann haben wir noch dienen mit dabei ich bin erfüllt von meiner auf himmlischen aufgabe ich teile meinen inneren schatz mit allen lebewesen man merkt dienen bedeutet auch wissen weiterzugeben ja alles was du innerlich trägst aber eben auch die liebe die du in dir trägst aber wie gesagt heute diene dir erstmal selbst kommen für dich zur ruhe erkenne an dir was du noch verarbeiten musst am besten machst du dir auch mal so einen kleinen zettel so ein kleines tagebuch vielleicht sogar wenn du richtig lust hast an dir zu arbeiten und schreibst jede thematik die dich stört aber schreibst auch wann du es denn geschafft hast es zu verarbeiten damit du für dich auch den erfolg siehst diene also dir und somit kannst du dann irgendwann auch dem außen dienen in der thematik liebe und da haben wir sie auch du bist geliebt das ist etwas was du gar nicht mehr für möglich gehalten hast nimm an dass du immerzu über deine höchsten vorstellungen hinaus geliebt ist ja über die höchste vorstellung hinaus wie schnell hat man sich selbst schlecht geredet und andere gut kennst du es kommt dir bekannt vor richtig das ist ein wiederholendes muster was in deiner ahnenreihe liegt weil man dir schon als kind aufgezeigt hat dass alle anderen irgendwie besser sind schöner schneller in dem was sie tun einfach produktiver vielleicht sogar und niemals wurdest du richtig gelobt für das was du getan hast aber heute kommt der impuls dank erzengel michael auch von oben der dir aufzeigt wie wundervoll und wertvoll du bist und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen tag alles gute